Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Neger, Sie hören nun die besten Chuck Norris Witze. Mit Nino Valenti. Was seid denn ihr für Spaßvögel? Mein Name ist Sam Fischer. Klasse, und was machst du so? Ich habe Terroristen gejagt. Nun bin ich selber einer. Herzlichen Glückwunsch. Und wer ist die andere Ulknudel? Mein Name ist Bond. James Bond. Super Leute, ihr könnt jetzt mal ganz schnell nach Hause gehen, Buben, denn es gibt nur einen wahren Helden und das ist Chuck Norris. Wenn Chuck Norris mit einem Mann schläft, dann liegt das nicht daran, dass er schwul ist, nein, sondern daran, dass er schon alle Frauen auf dem Planeten hatte, und zwar zweimal. Chuck Norris liest keine Bücher, er starrt sie so lange an, wie sie ihm freiwillig sagen, was er wissen will. Chuck Norris krempelt Noppenkondome um, bevor er sie benutzt, damit er Spaß dran hat. Es wurde einmal behauptet, dass Chuck Norris mal einen Kampf gegen einen Piraten verloren hätte, das ist natürlich völliger Quatsch. Chuck Norris selbst hat das in die Welt gesetzt, um noch mehr Piraten anzulocken. Chuck Norris' Tränen können Krebs heilen, nur schade, dass er niemals weint. Das, was am Ende von Walker, Texas Ranger läuft, sind keine Credits, es ist in Wirklichkeit eine Liste der Leute, denen Chuck Norris an dem Tag einen Roundhouse-Kick verpasst hat. Einmal hat Chuck Norris jemanden einen so harten und schnellen Roundhouse-Kick verpasst, dass sein Fuß die Lichtgeschwindigkeit durchbrochen hat, in der Zeit zurückgereist ist und 1945 Adolf Hitler in Berlin getötet hat. Chuck Norris wurde nicht geboren wie ein normales Kind, er hat sich den Weg aus dem Bauch seiner Mutter mit einem Roundhouse-Kick freigekämpft. Eine Sekunde später wuchs ihm ein Bart. Einmal baute Chuck Norris eine Zeitmaschine, um den Tod von John F. Kennedy zu verhindern. Als Lee Harvey Oswald schoss, hat Chuck Norris alle drei Kugeln mit seinem Bart abgefangen. JFKs Kopf ist nur vor lauter Erstaunen explodiert. Chuck Norris hat für sein gutes Aussehen und seine Material Art Skills seine Seele an den Teufel verkauft. Kurz nachdem der Pakt beschlossen war, hat Chuck Norris dem Teufel einen Roundhouse-Kick in die Fresse verpasst und seine Seele zurückgenommen. Der Teufel, der Ironie mag, konnte nicht wirklich wütend sein und gab zu, er hätte es kommen sehen müssen. Seitdem spielen beide jeden zweiten Mittwoch im Monat Poker. Vor einiger Zeit hatte Chuck Norris die Idee, sein Urin in Dosen abzufüllen. Wir kennen das als Red Bull. Chuck Norris schläft nicht, er wartet. Nach vielen Diskussionen entschied man sich die Atombombe anstatt Chuck Norris auf Hiroshima zu werfen. Warum? Das ist Humana. Chuck Norris sagt oft Leuten, sie sollen an seinem Finger ziehen. Wenn sie das tun, verpasst er ihnen einen Roundhouse-Kick in den Bauch, dann furzt er. Wenn du Chuck Norris sehen kannst, kann er dich sehen. Wenn du Chuck Norris nicht sehen kannst, bist du möglicherweise nur noch eine Sekunde von deinem Tod entfernt. Chuck Norris geht nicht jagen, denn das beinhaltet die Wahrscheinlichkeit des Versagens. Chuck Norris geht töten. Einmal hat Chuck Norris einen Big Mac bei Burger King bestellt und hat ihn bekommen. Chuck Norris hat schon zweimal bis unendlich gezählt. Wenn Chuck Norris eine Steuererklärung abgibt, schickt er nur weiße Blätter und ein Bild von sich. Chuck Norris muss dir noch nie Steuern zahlen. Chuck Norris hat einmal 20 Pfund Steaks in einer Stunde gegessen. Er hatte die ersten 45 Minuten Sex mit der Kellnerin. Chuck Norris ist nicht ausgestattet wie ein Pferd. Pferde sind ausgestattet wie Chuck Norris. Chuck Norris schläft mit Licht ein. Nicht weil Chuck Norris Angst vor der Dunkelheit hätte, nein, sondern die Dunkelheit hat Angst vor Chuck Norris. Ein Zeichen für einen Behindertenparkplatz hat nichts mit Rollstuhlfahrern zu tun. Nun, in Wirklichkeit ist es eine Warnung. Dieser Parkplatz gehört Chuck Norris und er wird dich in den Rollstuhl kicken, wenn du dort parkst. Einmal wollte jemand Chuck Norris erzählen, dass Roundhouse-Kicks nicht die beste Art wären, um jemanden zu treten. Dies wird heute als größter Fehler der Menschheitsgeschichte angesehen. Chuck Norris ist vor 10 Jahren gestorben. Der Tod hatte bis jetzt nur noch nicht den Mut, es ihm zu sagen. Chuck Norris geht manchmal Blut spenden, nur nie sein eigenes. Und wenn doch, dann mit einer Knarre und einem Eimer. Chuck Norris hat einmal eine ganze Flasche Chloroform inhaliert. Er musste dreimal zwinkern. Wenn Chuck Norris in den Himmel blickt, schwitzen die Wolken vor Angst. Wir kennen es als Regen. Wenn Chuck Norris spricht, hört Gott zu. Chuck Norris hat folgende Dinge erfunden. Das halbautomatische Gewehr, Alkohol, Geschlechtsverkehr und Fußball. In dieser Reihenfolge. Es gibt keine Massenvernichtungswaffen, nur Chuck Norris. Einmal hat Chuck Norris eine ganze Torte gegessen, bevor ihm jemand sagen konnte, dass eine Stripperin drin war. Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, dann wird er nicht nass, aber das Wasser wird Chuck Norris. Wenn man es nutzen könnte, könnte die Power eines Chuck Norris Roundhouse Kicks die ganze USA für 44 Minuten mit Energie versorgen. Chuck Norris ist zu einem Achtel Cherokee Indianer. Das hat nichts mit seiner Abstammung zu tun, er hat mal einen ganzen verdammten Indianer gefressen. Es gibt keine Evolutionstheorie, sondern nur eine Liste von Kreaturen, denen Chuck Norris erlaubt zu leben. Die erste Szene des Films der Soldat James Ryan basiert auf einer Partie Fußball, die Chuck Norris in der zweiten Klasse spielte. Die Zeit wartet auf niemanden, außer auf Chuck Norris. Chuck Norris Haus hat keine Türen, nur Mauern, durch die er läuft. In einem normalen durchschnittlichen Wohnzimmer gibt es 1242 Dinge, die Chuck Norris benutzen kann, um sich zu töten. Den Raum selbst mit eingeschlossen. Chuck Norris kann unter Wasser grillen. Der schwarze Mann schaut abends unter das Bett, ob Chuck Norris drunter liegt. Chuck Norris kocht eine 5-Minuten-Tarine in 30 Sekunden. Manche Leute schlafen in Superman-Anzügen, Superman schläft in einem Chuck Norris-Schlafanzug. Chuck Norris schwitzt nicht beim Kacken, die Kacke schwitzt beim Chuck Norrisen. Chuck Norris sucht nicht, Chuck Norris findet. Chuck Norris fährt keine Bahn, die Bahn fährt Chuck Norris. Chuck Norris braucht kein Auto, das Auto braucht Chuck Norris. Gott sagte, es werde Licht, Chuck Norris antwortete, sag bitte. Jesus ist übers Wasser gelaufen und Chuck Norris lief über Jesus. Chuck Norris ist keinen Honig, er kaut Bienen. Warum sind die meisten Männer nicht sauer, wenn ihre Frau beim Sex an Chuck Norris denken? Weil sie das gleiche tun. Chuck Norris kann seinen Ellenbogen lecken. Chuck Norris malt ein Fünfeck mit 4 Strichen. Chuck Norris kann Bälle umkippen. Chuck Norris kann Keyboard spielen, ohne Keyboard. Nicht die Schweiz haben es erfunden, Chuck Norris hat es erfunden. Chuck Norris hat 10 Stinkefinger. Wenn der Hulk wütend wird, wird er zu Chuck Norris. Chuck Norris geht grundsätzlich mit Föhn in die Wanne. Chuck Norris bekommt sogar auf Tiernahrung 20% bei Praktika. Chuck Norris glaubt nicht an Gott, Gott glaubt an Chuck Norris. Chuck Norris ist sein Knoppers schon um halb neun. Chuck Norris schläft nicht mit einer Waffe unter dem Kissen, er schläft mit einem Kissen unter der Waffe. Du sagst, du hast in deinem Leben schon 12.000 Frauen gebumst? Für Chuck Norris heißt das Dienstagmorgen. Chuck Norris sucht das Heu im Nadelhaufen. Huhn oder Ei? Was war zuerst da? Richtig, Chuck Norris. Chuck Norris